Tja, für die aktuelle Fotoherausforderung Neonpalmen benötigt ihr lediglich irgendein modernes Sportwagen und fotografiert ihn genau hier an dem Palacio Azul del Oceano. Das ist direkt hier in dieser Kurve, leicht zu finden, steuert kurz nach oben, dann A oder RB und schon seht ihr, wie es aufploppt, dass ihr diese Aufgabe wieder geschafft habt. Bleibt gesund, habt euren Spaß und folgt meinem Kanal. Bis demnächst, euer Torgon137. Untertitelung des ZDF, 2020